So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine kleine Folge Pokemon Go und eigentlich wollte ich diese Folge gar nicht machen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, naja, den Riolo Schlüpftag muss ich gar nicht spielen. Ich habe ja durchs Tauschen letztens mein 100% Riolo erhalten. Ich habe vorher schon eine Handvoll Shiny Riolo gehabt, eins hatte ich mir auch rübergetauscht. Das ist damals ein 98er Shiny geworden, Riolo, was ich zu Locario auch gemacht hatte. Für mich war da eigentlich nichts dabei. Jetzt hat es mich trotzdem irgendwie ein bisschen gereizt, doch den Riolo Schlüpftag zu spielen, weil das soll ja ein komplett neues Format sein oder eben Ereignis, was da eingeführt wurde. Riolo ist nur das erste Pokemon, was jetzt in so einem Schlüpftag bereitgestellt wurde. Viele haben Bock gehabt, gerade weil Lucario einfach ein richtig geniales Pokemon ist, weil es einfach mega stark ist, weil es nochmal eine mega Entwicklung hat, weil Riolo süß ist, man einen Hunder da will, man so Bonbons sammeln konnte. Und natürlich die Chance auf die Shinies hatte, die sehr stark erhöht waren, das muss man auch dazu sagen. Dann habe ich gesehen auch, dass eine Box im Shop war, eine Box, eine Wanderbox oder Reisebox oder ich glaube Wanderbox hieß die. Und die hat so ein super gutes Angebot gehabt, jeder hat davon geschwärmt, wie toll diese Box ist, dass man da 20 Brutmaschinen bekommen hat und 10 Superbrüder. Und das für das Event theoretisch gelangt hat, wenn man die sich mal geholt hat, damit einiges anstellen konnte. Und das war es den meisten auch wert. 14 bis 17 Uhr war der Schlüpftag. Manche sind also jetzt mit der unendlichen Brutmaschine rumgerannt und haben da geguckt und haben ihr Glück versucht. Andere haben alles gegeben und gemacht und getan. Ich möchte dieses Video jetzt fix auch dazu machen, um euch zu fragen, wie war eure Ausbeute? Habt ihr den Riolo Schlüpftag gespielt? Habt ihr einen Shiny bekommen? Habt ihr vielleicht einen Hunderter bekommen? Was ist das beste Riolo, was ihr bekommen habt? Ich möchte euch meine Ausbeute zeigen. Und normalerweise war für 20 Uhr eine Premiere angesetzt mit dem Muttertier. Aufgrund dieses Videos jetzt werde ich die Premiere mit dem Muttertier aber verschieben auf morgen 20 Uhr. Und jetzt eben dieses Ausbeute-Video aufnehmen. Es ist jetzt gleich 18 Uhr, dass das 20 Uhr kommt. Wir haben heute schon ein anderes Video gehabt zu Zygarde, Mainz Zygarde, wie gut meins war. Und ihr dann drunter schreiben könnt, wie gut eures war, damit man mal ein bisschen so den Vergleich hat. Jetzt sollte sich aber alles hier um den Riolo Schlüpftag drehen. Es ist halt viel, momentan viel, alles zusammen. Sonntag ist auch viel. Morgen ist nämlich schon wieder ab 10 Uhr Raids für Zuschauer mit Rigi Eleki. Und Wunsch-Raids, wer dann noch ein Mega-Raid braucht, ab 14 Uhr Stream mit Shigi draußen eine Stunde. Dann vor 18 Uhr hatte ich vorgesehen das Ausbeute-Video für die, die den Stream nicht geguckt haben. Aber generell nochmal darüber redet, was wie wo. Und dann die Premiere 20 Uhr. Also morgen auch wieder vier Sachen, volles Programm. Sucht euch raus, was ihr gucken wollt, was euch gefällt. Heute auch ein bisschen volles Programm. Aber jetzt eben dann nur diese zwei Pokémon-Videos. Das war das erste hier, was geschlüpft ist. 538 WP, Riolo, Coburg, Bayern, 22.07. Sieht jetzt nicht so krass aus. Dann kam eins hinterher mit 554 WP. Das hatte schon wenigstens drei Sterne und 15 Angriff. Das war richtig cool. Dann nochmal drei Sterne. Da sieht es aber aus wie eine Treppe, die nach unten geht. Dann das erste Shiny mit 545 WP. Bisher war Riolo einfach als Shiny mega attraktiv, mega selten. Manche haben bei Ebay damals Shiny Riolo für 200, 250 Euro verkauft. Wer das da gekauft hat, also hätte man 200 Euro in Brutmaschinen gesteckt, hätte man so viele wahrscheinlich, dass man selbst die verkaufen kann, aber nicht mehr 200 Euro dafür kriegt. Das wenigstens auch drei Sterne. 544 WP hier auch. Drei Sterne mitgenommen. Zwei Sterne mitgenommen. Ein Iskalar. Das saß halt da. Ist glaube ich auch aus dem All geschlüpft. 536 WP noch dazu. 543 wieder eine Treppe. Dann hier schön. 12, 12, 12. Müsste das sein mit 540 WP. Noch ein Zweier, aber mit 15 Angriff. Dann noch ein Zweier. Dann noch ein Dreier mit 15 Verteidigung. Noch ein Dreier. Die Werte auch sehr schön. Das zweite Shiny hier. Mit zwei Sternen. 11, 10, 13. Noch eins mit 15 Angriff, aber nur zwei Sternen. Dann haben wir hier noch eins. Na ja, wieder zwei Sterne, nochmal zwei Sterne. Dann haben wir hier zwei Sterne und vor allem haben wir hier nochmal zwei Sterne. Verteidigung auch 15. Wieder ein Shiny. Mit zwei Sternen ist es jetzt das Dritte. Ich kann euch schon mal sagen, der Nudel-Account, der Samyang-Account, der hat auch mitgemacht. Der hat insgesamt vier Shinies bekommen. Kein Hunderter, aber vier Shinies. Wir sind jetzt hier beim Dritten. Dann nochmal drei Sterne hier mit 13, 13, 13 müsste das sein. Dann nochmal zwei Sterne hinterher. Nochmal zwei Sterne hinterher. Nochmal zwei Sterne hinterher. Zwei Sterne wieder mit 15 Angriff. Oh mein Gott. Guckt ihr das an. Das nächste Shiny. Das ist jetzt das vierte Shiny mit 14, 14, 14. Denkt hinten ein Stück dazu. Dann habt ihr das Shundo. Shundo? Ja, Lucky war ja Schlundo genau. Oder das heißt ja dann Shundo. Shundo, so sagt man da. Also hier das vierte Shiny mitgenommen. Das fünfte Shiny direkt hinterher natürlich auch mit drei Sternen. Da ein Wert mehr, dafür ein anderer weniger und naja, 553. Nochmal hier drei Sterne mitgenommen. Nochmal hier ein 98er mit 563 WP, aber nur 14 Angriff. Dann hier nochmal drei Sterne. Hier nochmal drei Sterne. Hier nochmal zwei Sterne. Hier nochmal drei Sterne. Sieht so ähnlich aus wie das Shiny vorhin. Noch ein weiteres Shiny. Ein 98er Shiny mit 565 WP. 567 wäre das 100er gewesen. Würdet ihr das maxen? Würdet ihr das pushen? Würdet ihr was damit machen? Es ist ja kein 100er. Wenn man irgendwann mal zwei pushen könnte, wenn man genügend XL hat, könnte man das vielleicht auch mal auf 50 machen oder so. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen versorgt jetzt für das Mega Lucario, wenn das kommt. Dann haben wir nochmal hier 528 zwei Sterne. Naja, dann haben wir hier nochmal drei Sterne. Dann haben wir hier nochmal drei Sterne. Und dann waren das die Riolo, die wir hier bekommen haben. Wenn ich also hier reingebe, vier Sterne seht ihr. Da war leider kein 100er dabei. Das letzte war Warblue. Und wenn wir Shiny eingeben, dann seht ihr, dass es hier sechs Shinys waren. Sechs Shiny Riolo, damit zwei mehr als der Nudel-Account. Und jetzt will ich ganz kurz nochmal was überprüfen. Wenn ich vier Sterne und Riolo eingehe. So, dann haben wir das. Und das ist ein Männchen. Ihr wisst, wie ich das bei einer Mega-Entwicklung immer mache. Ich will immer ein männliches 100er und ein weibliches Shiny. Oder halt ein weibliches 100er und ein männliches Shiny. Mega entwickeln, durchentwickeln. Das heißt, ich muss mal gucken, ob ich bei den Shiny Riolus jetzt eins dabei habe, was ein Weibchen ist. Dafür kann ich jetzt aber alle heranziehen von den Riolus, die ich habe. Wenn ich hier Riolo eingebe, dann haben wir nicht nur die sechs Stück, die wir von heute haben, sondern noch zwei andere. Das wäre Männchen, das wäre schon Weibchen. Also das würde schon ausreichen, um mein Video zu kompletieren. Ansonsten ist das auch hier ein Weibchen. Ja, das heißt, ich habe zwei Weibchen dabei. Das reicht uns. Wenn wir hier mal drauf drücken, haben wir hier noch ein Lucario, was wir schon entwickelt haben. Das ist aber auch ein männliches. Und dieses hier ist auch ein männliches. Das können wir aber mal bewerten. Das ist nämlich ein 98er, aber halt mit 14 Angriff. Jetzt muss ich bei dem nochmal gucken, wie da die Verteilung war. Der hat wenigstens 15 Angriff, also der gefällt mir ganz gut. Das ist das beste. 98er haben wir ja auch andere gehabt, leider mit 14 Angriff. Das ist das beste Riolo heute aus dem Event, aus dem Riolo-Schlüpftag. Das ist mein persönliches Highlight. Die Frage also, wie sieht es bei euch aus? Wie viele Shinies habt ihr bekommen in den drei Stunden? Was ist euer bestes Riolo? Schreibt es mal rein. Habt ihr schon einen Hunderter? Habt ihr aus Spaß gespielt? Habt ihr das Shiny noch gesucht? Habt es jetzt bekommen? Seid glücklich. Fand ich im Nachhinein eigentlich trotzdem ganz cool. Bin mal gespannt, wann der nächste Schlüpftag ist und welches Pokémon dann in die Eier gepackt wird. Am besten hier Ig... Ig... Igni... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ah, der Ig... Igor... Ig... Das war es von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out forhaut. Euer Ramses. Wenn ihr wisst, was ich meine, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin. Ciao. Igni-Vor. Genau. Ciao. Ciao.